Ich speichere jetzt und ihr merkt euch, weil das so viel bringt, ihr merkt euch, da wo ich gespeichert habe, gerade ausguckt, da war ich schon. So, dann würde ich sagen, gegenüber dessen, da ist nichts. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Oh Gott, es geht ja noch weiter. Ist hier was? Es geht noch weiter. Ja, meint ihr das ernst? Es geht noch weiter. Ich bin tot. Ich bin de facto tot, weil was soll ich jetzt noch machen? Wahrscheinlich stehe ich da nachher vor einer verschlossenen Tür und habe völlig die Übersicht verloren. Ich gehe das auch total falsch an. Hoch, sobald man kann. Oder? Ja, klar, weil Wasserspiegel und so. Okay, okay. Verschlossen. Ja. Oh, das, da ist der komplizierte Shit. Würde ich sagen, gehen wir mal geradeaus. Geradeaus. Rechts ist der komplizierte Shit. Okay, sowas hätte ich gebraucht, ja? So eine einfache Meldung. Ey Junge, hier geht's ja weiter. Wenn ich jetzt geradeaus gehe und dann hoch, müsste ich doch... Ja. Okay, geradeaus, geradeaus, geht nicht. Also, machen wir doch mal geradeaus rechts. Runter. Äh, Orientierung komplett verloren. Das scheint mir hier zu viele Abzweigungen zu geben, deshalb gehe ich mal in diese Richtung. Ich will ja wenigstens eine Erkenntnis haben, bevor ich dann erbärmlich ersaufe. Und das passiert auch gleich schon. Okay. Hauptraum? Ja, Hauptraum. Wie gesagt, ich habe sehr früh die Orientierung komplett verloren. Also, rechts, links. Lass das runter und hoch mal weg. Rechts, links, rechts. Geradeaus, rechts, links, rechts, geradeaus. Rechts, links, rechts, geradeaus, rechts. Rechts, links, rechts, geradeaus, rechts. So. Das war rechts, links, rechts, geradeaus, rechts. Speichern wir das mal. Was hat das jetzt gemacht? Keine Ahnung. Rechts, links, rechts, geradeaus, rechts. Links, rechts, links, geradeaus, links. Links. Rechts gibt's gar nicht. Ich hab falsch invertiert. Ja, ich merk's grad. Ich hab falsch invertiert. Ich hab die Reihenfolge nicht mitinvertiert. Ach Gott. Komm, Panzer. Ja, danke, Panzer. Du bist anscheinend ein weiterer Raum. Wahrscheinlich ist das so, dass wir, äh, immer wenn wir irgendwo hinkommen, damit eine weitere Klappe öffnen. Das heißt, je weiter wir machen, umso sicherer wird das Ganze auch. Wenn die alten Klappen sich nicht wieder schließen. Fuck. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ach Gott. Okay. Okay, ich bin wieder im Hauptraum. Dann observier jetzt mal links, links. Links gab's ja irgendwie nur einen Raum, glaub ich. Scheiße, es waren mehrere. Nee, einer. Klar, einer. Der ist noch zu, okay. Das ist doch mal ne Ansage. Das hier müsste theoretisch das letzte große Rätsel sein. Machen wir diesmal, äh, rechts? Ja. Ja. Es ist am wahrscheinlichsten, dass sie, wenn so viel bei dem gerade Ausgang war, dass sie jetzt auf rechts switchen. Rechts switchen. Das ist... Das... Wisst ihr, wie scheiße es ist, das auszusprechen? Nach rechts switchen. Nach rechts switchen. Nach rechts switchen. Nach rechts switchen, nach rechts switchen, nach rechts switchen. Okay, bin ich jetzt hier im Standardraum? Ja, wahrscheinlich. Es geht nicht, ja. Genau. Falls, äh, irgendjemandem es nicht aufgefallen ist, ich hab die Idee mit der Orientierung schon längst über Bord geworfen. Versteht ihr, weil wir sind ja unter Wasser, um da über Bord werfen. Und, äh, tu einfach nur, ähm, random. Und es scheint ja zu klappen. Es scheint ja zu klappen. W-W-W-W-W-Wat-W-Wat-W-Wat-Wat-Wack-Moment mal. Okay, nur ne fucker. Tut mir leid, wenn ich euch mit Schweigen plage, aber was soll ich hierzu noch sagen? Es ist nicht gerade einfach, äh, sich hier Ist zu, zu Zug, Zug Tuff, Tuff Ein Zug Yay Hoffentlich kein Entzug Oh ja, Lara Das ist jetzt genau der perfekte Zeitpunkt, um rumzuspacken Nimm das verdammte Medipack Könntest du hoch? Führt mich jetzt nur in den Hauptraum Aber Ist es wert, weil ich vom Hauptraum aus weiß Weil ich vom Hauptraum aus auswendig Eine Raumposition weiß Nämlich diesen hier Kann ich ja checken, ob der auch offen ist Und der ist offen Okay, also werde ich wohl von jedem Safe aus weiterspielen tatsächlich Hier ist die Fackel an Ich werde Scheiße Ich werde die Vermutung nicht los, dass die abgeschaltete Fackel in dem anderen Raum Dass die eine Relevanz hatte So Runter Zurück hierhin Speichern Tja, Leute Und jetzt beginnt doch der ganze Spaß Erst Ich Wisst ihr noch, wo ich gesagt hatte Je mehr wir öffnen, umso Einfacher wird's Ich würde diese Aussage Gerne zurückziehen Moment, du warst doch zu Du warst doch zu Oder irre ich mich Entweder das Oder man kann Oh, danke Oh Oh Wie viel habe ich? Vier Das war ein cooles Level Zum Kommentieren irgendwie scheiße Um ehrlich zu sein Aber das war ein cooles Level Bisher zumindest Jetzt kommt wahrscheinlich der ganze Action Part Wenn der Raum mit den Fallen kein Action Part war Und der mit den Krokodilen Okay Und der mit den Schmetterlingen Also jeder Ja, ich gebe's zu Das war mehr Action und Jump'n'Run als Rätsel irgendwie Eigentlich gab es kein Rätsel Kein einziges Weil, sorry, diese ganzen Dieses mit den Skarabee Zum Beispiel Skarabee, Skarabee, also keine Ahnung Das war ja kein Rätsel Das war ja de facto kein Rätsel Es ist ja kein Rätsel Wenn ich Zufällig irgendwelche Knöpfe treten muss Jetzt stehe ich aber vor einem Problem Ich habe Jeden Raum schon mal geöffnet Aber es geht ja gar nicht Doch, 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 doch Ich weiß nicht, ob die offen bleiben Aber ich habe hier den Raum schon mal geöffnet Da Da war ich definitiv drin Das ist der Schädelraum Okay Was mache ich jetzt? Das war diese Sache, ja Ich muss mir die ganzen Räume alle nochmal angucken Um ihre Funktionen irgendwie zu verstehen ein bisschen Das hier war Geht um die Ecke Ja, es war gerade der Wasserraum Oder? Ja, doch, das war er Rechts der Flügel ist also, klar Links Geradeaus erst mal Führt mich Führt mich in den Raum, dessen Bedeutung ich Oh Hey Jetzt weiß ich auch Okay, jetzt weiß ich die Bedeutung von dem Raum Wenigstens etwas So, Leute, ja Ich würde sagen Hier endet dann wahrscheinlich Hoffentlich das Nee Wetten, das wird jetzt wieder so ein Stadt der Toten Sache Hatten wir länger nicht mehr Seit zwei Leveln kein unfaires Level mehr Doch, wir hatten das verbuggte Level Aber das zählt ja nicht Das waren ja nur Bugs Ähm Ähm Ja, ja, ja Ich würde sagen, ja, ja Ich würde sagen,